Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Amazon eigentlich ein Konto am Handy oder auch am PC ganz einfach erstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze jetzt mal zur besseren Veranschaulichung am PC. Doch am Handy funktioniert es im Browser bzw. in der App relativ ähnlich. Und zuerst einmal müssen wir auf die offizielle Webseite amazon.de gehen. Anschließend können wir hier oben nämlich auch schon normalerweise dieses Fenster sehen, wo man sich anmelden kann. Oder auch Neuerkunde starten Sie hier. Wenn nicht, einfach mal mit der Maus hier oben drüber gehen, dann haben wir nämlich ebenfalls wieder dieses Fenster. Und wir klicken mal auf den Link Starten Sie hier. Als nächstes muss ich einmal meinen richtigen Namen eingeben. In meinem Fall Manuel Mustermann. Dann die entsprechende E-Mail-Adresse, wo wir natürlich auch darauf zugreifen können. m.mustermann1995atoutlog.de Jetzt halt ein beliebiges Passwort auswählen. Das müssen wir uns natürlich gut merken, was mindestens sechs Zeichen lang ist. Das machen wir jetzt auch mal. Und darunter müssen wir unser Passwort noch einmal wiederholen. Dass es natürlich auch sicherheitshalber richtig geschrieben ist. Wenn wir das alles haben, dann einmal hier unten auf dem Button erstellen Sie Ihr Amazon-Konto klicken. Da ich ja kein Roboter bin, muss ich jetzt mal noch diese Aufgabe lösen. Ich klicke wieder auf den Button hier unten. Klicken Sie auf die Spiral-Galaxie. In meinem Fall scheint das das hier zu sein. Klicke hier drauf. Und jetzt wird nämlich auch schon ein Bestätigungscode an meine E-Mail-Adresse geschickt. Und da schaue ich jetzt mal nach. Die E-Mail ist auch schon angekommen. Das kann je nachdem etwas länger dauern oder es landet zum Beispiel auch in Chunk-E-Mail bzw. im Spam-Ordner. Bei mir aber nicht, weswegen ich mal draufklicke. Dann muss ich diesen Code einmal dementsprechend kopieren und ich merke ihn mir einfach. Und ich gebe ihn jetzt einfach mal wieder hier bei diesem Fenster ein und klicke auf Ihr Amazon-Konto erstellen. Wie wir sehen, war es das jetzt auch schon. Nun kann man noch einige Einstellungen machen. Zum Beispiel die entsprechende Lieferadresse wählen. Oder wenn du ein Bankkonto hinterlegen möchtest, einfach mal auf Mein Konto klicken, auf Ihre Zahlung. Denn hier ist diese allgemeine Übersicht. Und in diesem Fenster könnte ich jetzt auch ohne Bankkonto zum Beispiel das Ganze einfach mit einem Geschenkgutschein einlösen. Wenn du ein Bankkonto hinterlegen möchtest, einfach mal hier auf den Button noch klicken. Und somit haben wir auch schon ein Amazon-Konto richtig erstellt. Und man kann dann auch sofort damit einkaufen. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen noch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.